Hallo hier bei Ill und Mops, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder unterwegs. Wir gehen heute wieder unser Fahrzeug wiegen und was wir in diesem Gebäude gemacht haben, das verraten wir euch gleich. Was macht man so am Straßenverkehrsamt? Das könnt ihr jetzt mal raten. Das Fahrzeug ist ja angemeldet, der große ist verkauft, meiner ist eingelagert. Aber um meinen geht's. Wir haben ihn jetzt heute abgemeldet. Wir hatten ihn ja eingelagert gehabt und dachten, ja komm, wir lassen ihn noch angemeldet, weil dann können wir ihn ja nochmal nutzen, weil wir sind ja jetzt gerade wieder hier. Und ja, wir haben das Geld ja schon am Anfang des Jahres bezahlt, also die Versicherungsbeitrags des ganzen Jahres, Steuern sind ja auch bezahlt. Aber dann dachten wir uns, ey, das ist Quatsch. Das können wir uns auch nicht erlauben, das ist zu viel Geld. So kriegen wir wieder was zurückerstattet. Und wir brauchen ihn jetzt gerade nicht hier, weil wir müssten ihn ja erstmal wieder abholen, den Wagen. Das heißt, wir müssen zu unserer Einlagerungsmöglichkeit fahren, müssten den dort holen, damit wir dann ein bisschen durch die Gegend fahren können. Und dann müssten wir ihn wieder wegbringen. Und von daher, das lohnt sich alles nicht. Dann setze dich ins Wohnmobil rein und bis in der Zeit, wo du da zu meinem Auto gefahren bist, bist du schon an der Stelle, wo du eigentlich hin wolltest. Und von daher haben wir gesagt, komm, wir melden ihn ab. Und gut ist, ja, ich habe es jetzt gerade auch erst wieder so realisiert. Ich sitze dann da beim Straßenverkehrsamt, habe die Kennzeichen an und guckst drauf und denke mir, das ist ja mein Kennzeichen, das ist mein Auto. Ja, und ich melde ihn jetzt ab. Das war schon so, da musste ich kurz tief durchatmen. Aber dann dachte ich mir, Mops, beruhig dich. Du hast ihn ja trotzdem noch. Es ist trotzdem noch dein Auto. Er ist noch nicht angemeldet und wir könnten ihn ja theoretisch jederzeit wieder anmelden. Also so ging es mir auch schon, als wir das große Auto verkauft haben und ich gesehen habe, der fuhr halt weg, wo die Käufer kamen. Da dachte ich auch so, oh nein, unser Auto. Und dann dachte ich, gut, dass das nicht dein Auto ist, von dem du dich gerade trennen musst. Weil mein Auto hänge ich wirklich sehr, auch wenn es nur was Materielles ist. Aber irgendwie liegt einem doch das Herz daran, weil ich habe halt hart dafür gespart und gemacht und getan. Und ja, man freut sich dann ja doch und man weiß es vielleicht daher auch sehr zu schätzen, wenn man dafür viel gemacht hat und lange darauf gewartet hat. Dann, wie gerade schon angekündigt, wir fahren heute zum Wiegen. Ja, Leute, wir haben echt was, eine große Sache vergessen, die das Ruder jetzt nochmal rumreißen könnte. Falls ihr das Video noch nicht kennt, wir können es gerne einblenden. Und da seht ihr jetzt unser Gewicht, was wir dann quasi gestern hatten. Und ja, das Ding ist, wir waren wirklich auf der Bahn und dann sagt Inho auf einmal, das Abwasser, das Abwasser. Und wir so, oh, yo, shit. Ja, und dann haben wir gesagt, komm, das müssen wir heute erledigen. Wir werden uns heute darum kümmern und werden dann das Fahrzeug nochmal wiegen. Und wir hoffen, wir sind dann endlich im grünen Bereich. Viele von euch schrieben ja auch, es gibt so Toleranzgrenzen und sowas. Aber es wäre für uns auch schon ganz gut, wenn wir das einfach irgendwie einhalten, weil es kommt vielleicht mal irgendwie was dazu oder so. Dass man da nicht gleich denkt, oh nein, da könnte es irgendwie knapp werden oder so. Deswegen möchten wir das wirklich irgendwie mal wissen. Okay, wenn wir so und so das Fahrzeug haben, dann können wir über irgendwelche Wagen fahren, über irgendwelche Grenzen fahren oder Sonstiges. Da sind wir auf jeden Fall ein bisschen beruhigter, weil es kann auch satte Strafen dafür geben und die möchten wir nicht zahlen. Es gibt halt noch so ein, zwei Sachen, wo ich am überlegen bin, brauchen wir die wirklich, wie zum Beispiel den Kinderwagen. Ich habe gestern mal im Internet geguckt, was der wiegt, der wiegt irgendwie 8,5 oder 8,9 Kilo um den Dreh. Ich runde es jetzt mal auf auf 9 Kilo. Und da hast du gesagt, wo den brauchen wir, den brauchen wir, den brauchen wir, den. Das ist halt die Frage. Ich weiß, wo wir in der Türkei waren letztes Jahr. Da ist es Gold wert, dass wir ihn da reinsetzen können, dass wir ihn schieben können. Er kann da mal Mittagsschläf hier machen und sowas. Und das ist schon für mich sehr angenehm, weil sonst heißt es nämlich immer Mama A, Mama A, Mama A. Und die Arme werden ganz schnell, ganz lang. Und wenn du dann irgendwie unterwegs bist und es total heiß und so, da bin ich auch einfach froh, dass ich den Kleinen absetzen kann, durch die Gegend schieben kann. Wir können dann auch den Kinderwagen voll bepacken. Das kommt nämlich noch hinzu. Man kann da unten dann Getränke, Essen, Rucksack, alles reinmachen. Von daher ist es so, wo ich mir denke, ey, den Kinderwagen, den sollten wir eigentlich behalten. Wir müssen irgendwie gucken, wie wir das alles optimieren, aber wir kriegen das hin. Ja, hallo dann jetzt auch von mir. Ich bin gerade eben in der Dortmunder Innenstadt. Ja, was war ich denn in der Dortmunder Innenstadt? Ich habe hier gerade eben was im Computerladen, sage ich mal, abgegeben, weil es ist ja noch immer die Frage im Raum, ja, wie machen wir das jetzt hier mit dem Fernseher? Ihr habt ja gesehen, hier vorne im Eingangsbereich haben wir so eine schöne Ikea-Wand, sage ich mal, da aufgehangen und dann haben wir überlegt, ja, hinten machen wir eine. Jetzt haben wir ja die Probleme mit der Heckachslast, sage ich mal so gesehen. Wir wissen, die Halterung, die wiegt zwei Kilo. So ein Fernseher, ich weiß jetzt nicht, was der wiegt, aber wir hatten mal bei Bemooft eine in der Hand. Boah, das ist schon ganz schön schwer. Und dann haben wir uns gefragt, was haben wir mit dem Fernseher eigentlich, ne? So, Satellitenanlage, wir? Nee, wir gucken höchstens so diese Streaming-Dienste oder gucken wir halt jemand anderes bei YouTube so gesehen. Und ja, wofür dann wirklich den Fernseher? Wir brauchen ihn doch gar nicht. Wir brauchen nur diese Streaming-Dienste, einen schönen großen Bildschirm und das reicht uns voll und ganz. Ja, und dann hat sich das eine zum anderen ergeben. Von meiner Ma, der Mann so gesehen, der hat da so ein Teil und dann war das im Rucksack bei ihm und da ist eine Wasserflasche wohl ausgelaufen. Und ja, dann ist das ganze Teil unter Wasser gesetzt. Dann ist so ein Apple-Teil irgendwie und ja, wir haben ja sowieso hier Apple-Handys, sag ich mal, womit wir hier auch die Videos schneiden. Meine Ma, die hat so ein Tablet, das ist irgendwie recht klein, irgendwie, ich glaube, 8 Zoll oder sowas. Und das Teil ist nämlich so 12, 12,5 Zoll, ich weiß es nicht genau. Und das wäre eigentlich so fürs Wohnmobil optimal, weil eine Halterung von Tablet ist recht leicht. Man kann das Tablet abnehmen, sich einfach auf den Schoß vorne hinlegen oder halt, wir haben da so eine Hülle, sag ich mal, kannst du die hier vorne auf den Tisch stellen und kannst dann quasi das auch hier vorne nutzen. Und das Geile ist ja unser Radio hier vorne, das kann man ja per Bluetooth dann auch, ich habe ja eine schöne Soundanlage, sag ich mal, auch einfach verbinden. Das heißt, man könnte hier vorne auf den Sitzen sitzen, sich das Tablet nehmen und Mops und ich könnten abends hier mal einen Film gucken oder wir könnten zu dritt hinten in den Bett, könnten wir auch einfach einen Film gucken. Also ist das wahrscheinlich für uns die allerbeste Lösung. Jetzt hoffen wir mal, dass das recht günstig, sag ich mal, bearbeitet wird, dass er es bearbeitet bekommt und dass wir schnell Bescheid bekommen. Ja, des Übrigen habe ich hier noch so zwei Stadiondeckel und es ist gerade eben Viertel vor 6 und bis 6 Uhr hat der Fanshop vom BVB noch auf. Ich gehe jetzt in der nächsten Zeit nicht ins Stadion, für mich ist Fußball irgendwie seit 2020 nicht mehr ganz so interessant, aber da ist noch Geld drauf und das Geld, das holen wir uns ab. Ja, wollen wir hier mal rein und gucken, ob wir hier richtig sind. Na, ist doch klar, falscher Stützpunkt hier. Ah, da ist der Kasten. Er ist fünf Minuten vor, mal gucken, ob ich noch, vielleicht habe ich sogar noch Glück und kann schnell die Karten eintauschen gegen ein bisschen Bargeld, das wäre natürlich traumhaft. Komm, ballen, wohnen, schnell. Ja, nichts zu holen, finde ich jetzt. Ne? Ja, am Spieltag würde man es dann auszahlen lassen können. Wie am Spieltag? Die Saison ist vorbei, Leute. Wann bin ich jetzt wieder hier? Na, ist jetzt schade, da waren bestimmt irgendwie 30 Euro oder sowas drauf. 30 Euro, das sind schon mal ein paar Mittagessen, ne? Na ja, ich habe alles gegeben. Hier steht das Schätzchen, mitten auf der Straße. Ja, Mops, es ist schon wieder richtig spät geworden. Jetzt müssen wir es mal echt vollbringen hier. Wir müssen jetzt mal wirklich auf die Waage fahren. Wir haben hier und da noch mal was rausgenommen, was noch mal optimiert. Abwasser ist wirklich leer. Ja, fahren wir mal auf die Waage, oder? Genau. Das ist unser Gesamtgewicht und das ist unsere Hinterachslast. Ja, sieht ja jetzt schon mal echt gut aus eigentlich, ne? Also wir haben jetzt wirklich noch 10 Kilo, sag ich mal, die wir hinten irgendwie draufladen können. Bin ich nicht so zufrieden mit der Kinderwagen ist, woraus die 10 Liter Wasser sind, woraus. Und das gefällt mir nicht trotzdem. Ja, es war zwar das dritte Mal beim Wiegen. Wir sind so gesehen wirklich voll im Sollen, ne? Also wir haben die Gesamtgewicht, passt alles. Heckachslast, passt alles. Also es ist eigentlich alles gut. Nur wir haben da natürlich nochmal in Zukunft so ein Ding vor. Da sind wir gerade echt am Grübeln. Können wir das verpacken? Wie kriegen wir das verpackt? Dass dann auch ordentlich alles passt vom Gewicht. Und ja, ich würde einfach sagen, es bleibt weiterhin spannend hier bei uns, ne? Wir gehen bald wieder auf Reise, denn wir haben noch so ein paar Termine in diesem Monat. Die wollen wir abfahren. Und dann geht es bald Richtung Norden, Süden, Westen, Osten. Ihr werdet das ja erleben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.